Am Sonntag, den 27. August 2023, besuchten wir das Spiel der 1. Klasse Süd SV DLA Zuberbach gegen den SC Wiesfleck. Etwa 100 Fans fanden sich zu diesem Spiel ein. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Stefan Denitsch und seinem Assistenten Elias Leon Kalchbrenner geleitet. Der SV Zuberbach, der heute mit grünen Dressen spielt, hat schon schwierige Spiele gegen den Absteiger gewonnen und steht mit 6 Punkten ganz oben in der Tabelle. Auf der anderen Seite die Gäste mit schwarzen Dressen stehen mit 3 Punkten in der Tabellenmitte und sind fest entschlossen, mit 3 weiteren Punkten nach Hause zu fahren. Die erste Chance haben die Zuberbacher, aber Pergel schießt knapp am Tor vorbei. Die Gäste zeigen auch, dass sie gefährlich werden können, aber hier schießt Leweck den Ball über das Tor. Freistoß, Lipp, Leweck, Kasa und Hoa. Ein gutes Zusammenspiel trägt seine Früchte. Wiesfleck geht in der 14. Spielminute mit 1 zu 0 in Führung. Tor-Schütze Daniel Kasa. Die große Aufregung bei den Zuberbacher Fans war umsonst. Das war kein Fall. Das heißt eine korrekte Entscheidung des Schiedsrichters weiter zu spielen. Für dieses Foul bekommt Cibor die gelbe Karte. Freistoß für Zuberbach. Neymet und Pergel verfehlte Ball. Imre schießt vorbei. Irgendwie schaut es bei Zuberbacher aus wie eine Pechsträhne. Es gelingt einfach nichts. Eckball, Cibor und Hoa. Ausgleich zum 1 zu 1 in der 33. Spielminute. Durch Cibor zollt dann. Hettlinger. Kaum zum Bremsen, aber der Schuss wurde von Schiemer abgewehrt. Drei Minuten lässt der Schiedsrichter Dänisch in der ersten Halbzeit nachspielen. Trotzdem ändert sich nichts am Resultat. Die erste Halbzeit endet mit 1 zu 1 und wir sind gespannt auf die zweite Hälfte. Äpfel selbst frisch vom Baum gepflückt sind die beste Herkunftsgarantie, die sie bekommen können. Rote, saftige Äpfel warten auf sie. Aber wo? In Kobosdorf jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr um nur einen Euro pro Kilogramm. Mehr Informationen bekommen Sie auf der Internetseite www.obstgartenkoch.at Willkommen zur zweiten Halbzeit des Spiels der ersten Gasse Süd, SV DLA Zuberbach gegen den SC Wiesfleck. Die erste Halbzeit endet mit 1 zu 1 und Hoa. Das müssen wir uns noch einmal ansehen. Hettlinger bekommt den Ball, zögert nicht und schießt direkt ins Tor. Damit geht Wiesfleck wieder in Führung. 1 zu 2 in der 46. Spielminute. Torschütze Stefan Hettlinger. Hettlinger erobert den Ball, gibt weiter zu Leweck und der schießt knapp am Tor vorbei. Schafft es Zuberbach wieder den Ausgleich zu erzielen? Horvath, Pergel und Schieber verpassen die Chance. Neuerlicher Angriff der Gäste? Leweck, Kasa und diesmal war es Leithold, der den Ball von der Zuberbacher Torlinie abwehrt. Wieder ein Angriff der Gäste. Hettlinger. Hettlinger gegen den Tormann. Interessante Abwicklung und Eckball. Der bringt aber nichts. Achten Sie auf dieses Foul. Mikolaszek erwischt den Ball nicht, stösst mit Zuber. Der Schiedsrichter reagiert mit Verspätung und dafür bekommt Zuber gelb. Da er schon eine gelbe Karte aus der ersten Halbzeit hat, zweimal gelb ist rot, muss Zuber das Spielfeld verlassen. Jetzt wird es noch schwieriger für Zuberbach, da diese in diesem Spiel kein Glück haben. Hettlinger erobert den Ball. Läuft. Und hoher. 1 zu 3 in der 75 Spielminute. Borschütze Stefan Hettlinger. Es gab auch einige Spielerwechsel im Verlauf des Spiels. So wie hier ein Doppelwechsel auf Seite von Zuberbach. Freistoß. Naja, war eben nichts. Wieder sind die Gäste im Angriffsmodus. Leweck. Und hoher. Noch einmal. Leweck schießt, trifft die Stange und der Ball geht ins Tor. Damit erhöht Wiesfleck seinen Vorsprung auf 1 zu 4. Und das in der 82. Spielminute. Torschütze Netsch Leweck. Ein Tor haben wir noch für sie. Hettlinger bekommt den Ball und schießt prezise ins Eck. Damit führt Wiesfleck in der 90. Spielminute mit 1 zu 5. Torschütze wieder Stefan Hettlinger. Der Schiedsrichter lässt 4 Minuten nachspielen. Aber da ändert sich nichts mehr. Der SC Wiesfleck rutscht mit den 3 Punkten und dem Torverhältnis gleich auf den zweiten Tabellenplatz hinter Kementen. Das Spiel der ersten Gasse Süd, SV Dialett-Superbach gegen den SC Wiesfleck, endet mit einem Endresultat von 1 zu 5. Eizep. Wie ist das jetzt? Whose ist es? Ich höre wir uns, wir drehen vor uns, der beste Kampen der Bedeutung ist. Lade von euch an! Die Kirche Dazien! Die Kirche Dazien! Nein! Nein! Die Kirche Dazien! Die Kirche Dazien! Dio! 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 Es ist wieder d à d an! SCB ist wieder da, SCB ist wieder da! SCB ist wieder da!